Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Wir gehen jetzt mal hier in den Itemshop rein und da haben wir jetzt die neuen Football Skins. Hier haben wir erstmal noch den Marshmallow von gestern. Da schauen wir doch einfach mal, wie sind denn eure Noten für den Marshmallow jetzt insgesamt gesehen ausgefallen. Gucken wir mal da rein. Hier haben wir 4,46 von 5 bei 28 Votes. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht bei uns im Video, wie euch das gefällt. Und da gab es einmal Bechtes Skin, also eine glatte 1 und einmal, also doch, Bechtes Skin, einmal die 1 und einmal eine 3 mit geht's. Oder okay, ne? So, Marsh Walk, wie sieht es denn da aus aktuell? Das Ding hat sich bei mir auch so rüchte in die Birne reingefahren, so wie ich es mir fast gedacht habe. Schlimm. Wirklich schlimm. Ist der Marsh Walk hier. Dann gucken wir mal da rein. Wie sieht es denn da aus beim Marsh Walk? 3,93 von 5. Hammer. So. Dann haben wir hier den Mellow Rider. Ja, ein ganz nicer Effekt. Fand ich ja gestern auch ganz cool. Definitiv. Gucken wir mal jetzt, wie sieht es denn da aus beim Mellow Rider? Da haben wir 4,67 von 5. Genau. Mellow Rider. So. Was haben wir als nächstes? Dann sind wir hier auch schon so weit durch. Dann sind wir hier bei den ganzen Football Skins. Endzone. Gridiron. Spike. Strongguard. Endzone. Also, das war es dann auch schon. Hier haben wir jetzt mal die ganzen Football Vereine. Dallas Cowboys. Denver Broncos. Natürlich. New England Patriots. Die Vikings. Die Rams. Jets. Raiders. San Francisco 49ers. Land of Falcons. Also, auf jeden Fall interessant. Ja, jetzt am Sonntag natürlich der Super Bowl. Bin ich auf jeden Fall auch mit am Start. Mir das reinzuziehen. Freue ich mich riesig darauf. Super Bowl. Finale. Immer ein Mega Event. Absolut cool. Hier die weiblichen Versionen. Blitz. Rush. Juke. Interceptor. Ja, was denkt ihr denn? Wer wird gewinnen? Ich glaube, ich werde oben das als Umfrage auch reinpacken. Ja, ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass diese Skins eigentlich nicht in das Spiel gehören. Ob es jetzt die Fußballskins sind. Auch wenn ich ein Mega Football Fan bin. Auch da sage ich, passt jetzt eigentlich nicht so ganz rein. Krieg von mir deshalb auch nur 6 von 10. Ob es jetzt egal, ob jetzt weibliche oder männliche Version. Beides ist das Gleiche für mich, ja. So, wir können jetzt aber einfach mal hier durchklicken, wie es da aussieht bei den... Dann sind wir noch beim Mellow Rider. Hier haben wir beim Blitz 4,37. Beim Endzone 4,42. Beim Grid Iron 2,92. Interceptor 3,33. Juke 4,11. Der Rush 2,83. Spike 4,27. Strong Guard 3,73. Dann sind wir auch schon durch hier mit denen. Dann kommen wir zu einem neuen Remote, der Glow Sticks. Da ist er. Nun schauen wir uns jetzt mal an. Ich finde den echt nice. Beim zweiten Durchlauf ist die Melodie ein klein wenig anders. Auf jeden Fall mega cooler Emote. Schauen wir uns das Ding mal an. Hier, wie sieht es mit dem aus? Und damit sieht es echt auch nice aus. Dadurch, dass er ja selber auch gemült hat. Also, dass er die Glow-Effekte drin hat. Das ist schon echt nice. Also mir gefällt das aktuell sehr gut. Wie sieht es denn aus, wenn du ein Liebesranger in Mellow Rider... Auch geil. Finde ich echt interessant. Spannend das Ding. So, hier mit dem Raven. Und Raven auch mega, mega cool. So, dann hier der Spider-Knight aus dem Spider-Knight. Zum Spider-Knight passt es jetzt nicht ganz so gut, aber auch geil irgendwo. Hier der Eiskönig. Da sieht es geil aus. Fühlt mir sehr gut. Dann haben wir hier als nächstes... Ja, mit ihm hier. Gucken wir mal. Übrigens fand ich eine der coolsten Game-Modes überhaupt. der Getaway, fand ich mega geil. Und hat auch richtig Spaß gemacht. Und da sieht es auch gut aus. Definitiv. So, ja klar, hier. Der Mary Marauder. Auch da sieht es geil aus. Mega nice. Mega, 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 mega. Und das ist geil aus. Der Skull Trooper. Der Skull Trooper. Nun Skull Trooper. besser geht es gar nicht beste kombination finde ich persönlich absoluter wahnsinn ehrlich geil ehrlich war hier aber auch da finde ich jetzt auch gut aus also es gibt hier echt wo hier wird es mit einem dag das gallranger klar mega 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 ja glühwein agend so hier wird es bestimmt auch fett aus schauen wir mal was haben wir noch ja klar mit dem wolf müssen wir es immer ausprobieren ich mag es kaum glauben aber selbst mal mit dem wolf ja ich habe jetzt auch mal endlich was gefunden was auch mit dem wolf gut aussieht ja geil mega geil cool sehr sehr schön unser pokémon unser pokémon ja klar ja ragnarok weiter muss ich sagen da passt es halt mal überhaupt nicht ragnarok heisst es nicht schade passt nicht nicht gleich ich habe sehr ich mich ich dann ich mich mich Cool. Echt cool. Passt natürlich auch perfekt, muss man echt so sagen. Unser Rotköpfchen. Ja, sehr witzig. Ja, cool. Nicht schlecht. Selbst bei ihm sieht es mega cool aus, muss ich echt sagen. Ja, da muss ich natürlich auch noch mal reinschauen. Funny, 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 funny. Und nochmal zu guter Letzt. Ja, bei den Clow Sticks, also ich finde die echt ganz nice, muss ich sagen. Und die kriegen von mir tatsächlich 9 von 10. Also ich finde die cool irgendwie. Und ich habe jetzt auch keinen Skin gefunden, bei dem es richtig scheiße aussieht. Also nice irgendwo. Was haben wir hier? 4,5 von 5 sind nur 2 Boots, aber trotzdem geil. So, dann haben wir den Elektroswing. Und der Elektroswing kriegt von mir 7 von 10. So, 7 von 10 Benotung beim Elektroswing natürlich überragend. Muss man echt sagen hier. 4,77 von 5 bei 52 Boots. 688 Reminders. Also hammerbeliebt. Der Glow Stick. Ja, den finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Er kriegt von mir nur 4 von 10. Für die Farben nicht toll. Und Wahnsinn. Glow Stick. Hier tatsächlich 4,17 von 5 bei 18 Boots. Dann haben wir auch den Light Show. Und der Light Show kriegt von mir 6 von 10. Gucken wir mal, wie sieht es denn da aus beim Light Show. Und er hat 2,41 von 5. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es mal wieder an, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wie gefällt euch denn neue, wie gefallen euch die Football Skins? Was glaubt ihr, wer wird den Super Bowl gewinnen? Auf jeden Fall mal sehr interessant. Und wie gefällt euch dieser Glow Sticks Emote? Wenn, ja. Also. Macht's gut. Ich werde nochmal eine Umfrage damit reinpacken. Mit Sicherheit. Ich wünsche euch was, ne? Und viel Spaß beim Super Bowl am Sonntag, wer es gerne sieht. Ja. Ja.